Zahnbürste, Wasserhahn, Zahnpasta, Kaffee, Müsli, Hemd, Anzug. Heute dunkelblau, geht immer. Spiegel, nichts ändert sich. Nur mein Gesicht, das immer älter wird. Station um Station sausen an mir vorbei, wie im Zeitraffer. Büroklammer, Zugstrecke, Regionalverkehr, Streckenübersicht, Heftklammer, Zugstrecke, Zugstrecke, Stadtverkehr. Es gibt keinen Anfang und kein Ende. Die Welt dreht sich und ich drehe mit. Weil ich stehen bleibe und zusammen kehren wir irgendwann an unserem Ursprungsort zurück. Eigentlich seltsam. Vielleicht sollte ich mich drehen. Bleibt die Welt dann stehen? Pyjama, ein Hörspiel von Tim Süß und Kaidu. Bald in der Geschichtenkapsel.